Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de VR. Jetzt gibt es noch mal einen kleinen Zubehörtest und zwar gibt es Sehstärke-Linsen für die Pico 4 von Nasenfahrrad24. Da werde ich euch einmal kurz zeigen, was die kosten und wie man die anbringt. Und wie immer natürlich vielen Dank an meine Sponsoren Voodoo's VR, Operman Events und Virtual Escape. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de So Leute, jetzt zeige ich euch erstmal, wie das aussieht. Ich habe jetzt zum Beispiel die rechte habe ich mal reingemacht. Die seht ihr hier. Das ist mit Sehstärke-Linse und das ist ohne. Das ist schon durchaus ein kleiner Unterschied. Und wie macht man die dran? Ich mache jetzt die andere auch mal dran. Also ihr müsst natürlich das Face-Gasket einmal abnehmen. Dann habt ihr die zweite Linse. Da steht auch links und rechts dran. Und die setzt ihr einfach ganz normal. Sorry, das muss natürlich nach oben. Die setzt ihr einfach so drauf und dann war es das schon. Ein bisschen links und rechts, damit das alles richtig sitzt. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Dann habt ihr die hier einfach drauf. Dann muss natürlich das Face-Gasket wieder drauf. Das ist natürlich jetzt ein bisschen enger. Da müsst ihr ja mal ein bisschen hin und her drücken. Aber dann geht das auch schon. So und jetzt setzt ihr das auf. Natürlich wieder den Alien-Schädel. Ein bisschen nach hinten drehen. So und jetzt habt ihr das Ding hier drauf. So. Und jetzt ist die eine Sache natürlich, wenn ihr das geringste IPD eingestellt habt. Das ist bei mir jetzt der Fall. Dann kommen die tatsächlich so ein bisschen gegen die Augen. Äh, gegen die Nase. Sorry. Das ist halt nun mal so. Das hängt aber natürlich vom IPD ab. Ne? Ganz klar. Wenn ihr, also ich habe jetzt 59 bis 60. Wenn ihr, ich mache, also das seht ihr hier. Ich kann die ein bisschen zur Seite machen. So und das, das, danach merkst du es halt dann nicht mehr ab, sag ich mal so 62 oder was. Ne? Das, aber stören tut es trotzdem nicht. Das ist halt so, ne? Das muss ja irgendwie untergebracht werden. Ja. Und deswegen finde ich das eine gute Sache. Ihr braucht nämlich dann natürlich die Brille nicht mehr. Darum geht es ja. So. Das Ganze ist von Nasenfahrrad 24. Und das hängt, die Kosten hängen natürlich ganz stark davon ab, was ihr da alles einstellt. Wie viele Dioptrien und ob ihr da noch Blaulichtfilter und alle möglichen Sachen. Also ich sage mal, die günstigste Variante für ein paar ist, für ein paar Linsen geht ab 65 Euro los. Und wenn ihr wirklich das gesamte Programm nehmt, dann sind wir bei ungefähr 219 Euro. Versand ist inklusive. Und ihr kriegt aber auch nochmal 5 Euro Rabatt, wenn ihr über meinen Affiliate-Link YouTube 10 geht und dann YouTube 10 als Coupon-Code eingeht. Finde ich natürlich auch mal in der Beschreibung und im ersten Kommentar angepinnt. Dann kriegt ihr, wie gesagt, 5 Euro Rabatt. Ist ja auch nochmal was, ne? Nehmt man doch gerne. Und ja, was soll man sagen? Das ist eine gute Sache. Und ihr braucht dann halt keine Brille mehr. Könnt ihr mir mal erzählen, wenn ihr die gekauft habt oder ob ihr schon die gekauft habt. Wie ihr die findet? Gerne mal in die Kommentare. Ja. Ich will das Video auch nicht so lange in die Länge ziehen. Ist halt nur ein kleines Zubehör. Aber klein, aber fein. Danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben wäre cool. Und bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Wude. 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 Wude.